Hallo zusammen, hier ist wieder heute da und heute bin ich wieder für euch in Battle for S-Shirt unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, das wir im Flotternachtsevent neu bekommen können. Im Jahr 2018 wurde es quasi jetzt mit neu eingeführt. Und zwar haben wir das bei diesem kleinen Händler hier. Und dieser befindet sich auf Vordenseite einmal hier in Under City. Ja, ich weiß, die Stadt ist zerstört worden. Wenn ihr quasi 120 seid, müsst ihr mit Stormy hier sprechen. Dann könnt ihr quasi die alte Version von Under City wiederherstellen. Und dann seht ihr auch den Händler wieder und quasi auch dementsprechend die alte Version. Das Pandor auf Allianz Seite ist quasi hier vor SW. Da sind auch ein paar Händler. Müsst ihr euch ein bisschen durchklicken. Es gibt relativ viele, weil es gibt hier Händler, die verkaufen Masken, Pads, Toys, alles mögliche. Und der hier verkauft quasi unser neues Toy. Und zwar haben wir hier einen Ruhestein des kopflosen Reiters. Und das ist ein Spielzeug, das uns hier 150 von diesen Token kostet. Und zwar sind das Token, die heißen Süßes und Sau... Süßes... Süßes Sauris. So rum. Nicht Süßes oder Sauris, sondern Süßes Sauris. Und ich kaufe mir das einfach mal. Und ja, wenn wir das einsetzen, ist es quasi einfach ein Ruhestein. Was hat das für einen Vorteil? Ihr könnt theoretisch euren Ruhestein wegschmeißen und dieses Toy anstelle dieses Ruhesteins benutzen. Wir lernen es jetzt einfach mal. Und zwar haben wir es dann hier drin. Und wenn ihr seht, können wir einfach hier den Ruhestein einsetzen, ohne dass wir wirklich einen Momentar brauchen. Der fordert euch halt dorthin, wo ihr den Ruhestein angenommen habt. Wenn ihr jetzt einen Slot mehr haben wollt, dann geht das. Ihr könnt den einfach wegschmeißen. Also hier, wir können da hingehen, Ruhestein wegschmeißen, haben wir einen Slot mehr und trotzdem den hier quasi benutzen. Das geht aber auch mit anderen Ruhesteinen. Es gibt auch einen über Archäologie irgendwie Tochter des Wirts oder so. Heißt es in... Ja... Moment, ich muss mal... Ich muss mal den Sound ausmachen. Ich habe die Dialoge nämlich immer relativ laut. Genau, also sprich, könnt ihr euren Ruhestein einfach weghauen, habt einen Slot mehr. Geht aber auch mit dieser Tochter des Gastwirts, die ihr über Archäologie kriegen könnt. Und ich glaube, beim Winterhauch-Event gibt es dann auch einen neuen. Um vielleicht hier nochmal reinzuschauen, was es sonst noch so gibt. Ihr habt hier einen Haufen andere Toys, die schon aber in den vergangenen Jahren dazu gekommen sind. Da hatte ich schon quasi ein Video dazu gemacht oder Videos dazu gemacht. Und in dem Video soll es jetzt wirklich nur um das neue Toy gehen. Für Goldzwecke kann ich euch auch empfehlen, dass ihr quasi hier Naxi noch ein bisschen kauft. Auch für die Marken, wo ich euch gleich noch zeigen werde, wo ihr die überall herbekommen könnt. Und könnt da vielleicht noch ein bisschen Gold machen. Hier, Marktwert sind 55.000. Ja, ist denke ich mal eine ganz nette Sache. Ihr könnt nämlich diese Marken, hier haben wir es, Süßes, Saures, über verschiedene Wege farmen. Und zwar habe ich das hier auch mit einem Twink gemacht. Deswegen hier mit einem Hortenschar. Der ist mittlerweile 120. Ihr macht dadurch auch ganz okay EP. Deswegen würde ich euch raten, macht das mit irgendeinem Char, der fliegen kann. Am besten also, ja, vielleicht mit einem 110er. Da könnt ihr in allen Gebieten fliegen, wo man diese Kürbisse aufmachen kann, die ich euch gleich zeigen werde. Dann könnt ihr passiv noch ein bisschen leveln. Macht auf jeden Fall Sinn. Also macht das nicht mit eurem 120er Chars. Macht keinen Sinn. Also wo kriegt ihr diese Marken überall her? Und zwar gibt es hier Quests bzw. auch Dailies, die ihr täglich machen könnt. Und da kriegt ihr diese Marken. Das ist das eine, was ihr machen könnt. Das zweite, was ihr machen könnt, um die Marken zu bekommen, ist während dem Schlotternachtsevent quasi hier den kopflosen Reiter anzumelden. Da kriegt ihr immer so einen Beutel. Da kann übrigens auch ein Mount drin sein. Das war das, was ich am Anfang aufgesessen bin. Das Mount des kopflosen Reiters. Und halt auch dementsprechend Marken. Könnt ihr mit dem Char auch einmal am Tag machen. Und dann könnt ihr noch zusätzliche Kürbisse aufmachen. Und zwar kann ich euch das mal zeigen. Ich habe mit dem zwar schon einige aufgemacht. Ich habe jetzt hier lauter Marks auf der Karte. Hier war ich schon. In Kalendor habe ich auch schon fast alle aufgemacht. Die 150, da braucht man einige. In Pandaria war ich unterwegs. Wo war ich jetzt nicht so viel unterwegs? In Nordend war ich glaube ich nicht. Hier seht ihr, habe ich diese Marken. Ich habe da ein Add-On, das nennt sich Candy Buckets. Das zeigt euch das Zeug an. Ihr könnt theoretisch aber auch andere Add-On nehmen. Da gibt es relativ viele, die selbiges machen. Candy Buckets ist jetzt eins, das wirklich nur das anzeigt. Und gut ist es. So, wie funktioniert das? Ihr habt quasi hier so einen Markt. Das ist immer ein Gasthaus. Wo das Zeug drin ist. Also hier ist das Gasthaus. Ihr geht hier rein. Geht hin. Gebt es ab. Ihr kriegt übrigens, ja ich kriege jetzt 10 Gold. Ein bisschen Ruf für die Gilde. Und ihr bekommt so eine Hand. Und wenn ihr noch nicht 120 seid, kriegt ihr halt auch EP. Und ihr macht das Ding auf und kriegt quasi zwei süße Sautos. Ich glaube das kann zwischen 1 und 3 kann da drin sein. Also im Schnitt kriegt ihr eigentlich zwei Stück raus. Das heißt, ihr müsst 75 von den Dingern aufmachen. Dann habt ihr euer Toy zusammen. Beziehungsweise auch so ein Pad, was ich euch vorhin gezeigt habe, was immer noch 50k wert ist im Schnitt. Kann man auch noch ein bisschen Gold machen. Kann das auch mit mehreren Chars machen. Muss halt nur abfliegen. Deswegen habe ich, ja ist der Tipp am besten ein Char, der fliegen kann. Dann alternativ könnt ihr natürlich auch das mit dem Loadwink machen. Und dann gibt es auch dieses Toy mit Kalendor. Gibt es ja diese Flugrouten. Da kann man das theoretisch auch mitmachen. Aber naja. Ihr tut euch leichter, wenn ihr fliegen könnt. Genau. Das war es eigentlich. Mehr ist es nicht. Ich hoffe dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Und ja. Das war es mit einem kleinen Video. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.